Hallo Jürgen, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst und uns da in Zams bekommen hast. Hallo Martin, herzlich willkommen in Zams. Ich würde heute gerne mit dir über das Thema Fondpension sprechen. Immer mehr junge Leute machen sich ja Gedanken, wie können sie die Pensionslücke schließen. Es gibt ja verschiedenste Produkte, normale Privatpensionen, es gibt Lebensversicherungen und im Raiffeis-Gesetz gibt es ja auch die Fondpension. Könntest du mir mal erklären, um was es da eigentlich geht und wie das funktioniert? Ja, wie du richtig gesagt hast, es gibt viele Produkte. Wir bei Raiffeisen haben die Raiffeisen-Fondpension. Das ist im Grunde in einem Produkt zwei. Man hat hier die klassische Lebensversicherung und nur einmal das für Raiffeisen-Gesetzte Fondsparen. Genau mit diesem Produkt, der Raiffeisen-Fondpension, kann man optimal für die Zukunft so sehen. Und wenn man sich jetzt überlegt auch, dass man etwas für die Ökologie und für die soziale Wohlbefinden der Menschen tun möchte, kann man da auch schon Richtung Nachhaltigkeit gehen mit dem Produkt? Ganz genau. Auch wir hier bei Raiffeisen haben das Nachhaltigkeitsthema sehr groß geschrieben. Und bei der Raiffeisen-Fondpolize haben wir nachhaltige Produkte, sprich nachhaltige Fonds, wo wir sehr flexibel einzahlen können. Und der Kunde kann sich auf die Nachhaltigkeit spezialisieren und hier große Gewinne auch schön. Okay, interessant. Eine Frage noch. Es kommt ja ein bisschen wie so eine Lebensversicherung. Aber ich habe gelesen, dass man das auch so ein bisschen individuell anpassen kann. Also um was kann man dieses Produkt dann noch ergänzen? Ja, das ist richtig. Wie gesagt, zwei Produkte in einem. Die Raiffeisen-Fondpolize ist eigentlich eine Lebensversicherung. Man kann sie absichern gegen Ableven. Ja. Schwerer Krankhund. Man kann sagen, okay, ich möchte was machen, wenn ich arbeitsimpfähig bin. Das ist alles hier bei der Raiffe einsetzbar. Okay. Und jetzt noch eine Frage. Wann ist der beste Zeitpunkt, um sowas abzuschließen? Kann ich das schon als Jungen? Muss ich da ein gewisses Alter haben? Wie läuft das ab? Martin, so früh wie möglich. Wenn du willst, fahren wir und werden die Bank machen ohne für dich. Perfekt. Herr Jürgen, dann sage ich danke vielmals, dass du uns da den interessanten Einblick in das Thema Fondension gegeben hast. Aber ich glaube für unsere Kundinnen und Kunden ist es am besten, wenn sie mal zu ihrem Berater, zu ihrer Beraterin kommen und das Produkt einfach individuell anpassen lassen. Sehr gerne. Ihr seid alle herzlich willkommen in der Raiffeisenbank Oberland-Reute. Danke. Danke vielmals für dieses Gespräch. Ciao. 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 Na ja- sayack. Vielen Dank.